Derby-Pie. Mach nicht. Da kommen schon Tor. Ungefährlich. Das Gremlach fünf. Das ist nicht schlimm. Wenn es Tor nicht endlich noch nie bleibt. Stimmt. Endlich nicht schlimm. Die Vöder sind stark, aber das macht man nicht. Und jetzt mach mal ein Vers, David Braun. David Braun macht diese. Und jetzt ist Tor bis Gremlach fünf. Greml ist der neue Spieler von Gremlach fünf. Und ich hoffe, dass er uns bleibt. Sowieso. Und jetzt hat er Sebastian Ens und Thor. Hüßle, 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 Hüßle. Cool. Es ist warm, schön, wie Kapitän der Sebastian Ens gepasst. Und lange gemacht, lange gemacht. Aber er ist nicht drin. Schade. Und jetzt kommt Lise, der Frank und Thorantelk und dann Toste und Latte und jetzt schießt er und Thorantelk. Weitere Fütter sind am besten starten in Nürnberg. Es ist klar und jetzt kommt Nürnberg, hat er Rutsch aus. Und das war Fehler und jetzt ist Thor. Jeder kann man ausrutschen. Es steht 2, 3, 4, 3, 4, 5, es ist noch aus. Und jetzt kommt Nürnberg zu kündigen, weiß er nein. Der Thorant rettet für das Kölnblatt. Dürbysieb. Dürbysieb. Für eine Leite hat Kohl. Dürbysieb. Da Mannschaft ist auch praktisch an den Kopf gestellt. Er hat immer ein solches Kind an, was wir hier an Dürbysieb. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020